Nicht für Jimmy Bondi und seinen Wunderkäfer Dudu. Das ist doch ein Federwerk. Und damit soll der Käfer wirklich fahren? Hm. Ob das tatsächlich funktioniert? Keine Angst. Dudu macht das schon. Und er läuft und er läuft und er läuft. Denn Dudu macht das schon. Guck dir das an. Das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Parkwächter! Hey, Parkwächter! Ich sag mal, musst du so knapp da ranfahren? Keine Angst, Dudu macht das schon. Ein Film voll von brillanten Ideen und Einfällen. Noch schöner, noch lustiger als je zuvor. Suchen Sie Arbeit? Dann können Sie gleich anfangen. Es kommt drauf an, was der Chef bezahlt. Der Chef bin ich. Und bezahlt wird nach Leistung. Sie sind der Chef hier? Allerdings. Was dagegen? Heißt das etwa, es gibt in dieser Werkstatt nur Sie beide? Keine Männer? Die haben wir alle abserviert. Taugt nichts, das Pack. Sie werden doch noch einen Käfer knacken können, oder? Ein Käfer auf Extra-Tour. Ich war einmal Rennfahrer. Das heisst, ich wollte es mal werden. Rennfahrer? Ich liebe auch das Rasante. Ein neuer Superspass mit Jimmy Bondi und seinem Superkäfer Dudu. Und wer soll Sie fahren? Unser Chauffeur natürlich. Dudu, fahren Sie los. Aber Vorsicht. Und er läuft und er läuft und er läuft. Denn Dudu macht das schon. Das hast du dir so gedacht. Du suchst wohl auch den Kies. Was für ein Kies? Da. Es waren nur alte Zeitungen drin. Aber es gehen mich Ihre Zeitungen an. Ich will mein Geld. Was heißt denn dein Geld? Unser Geld? Ja gut, ich komme. Mit dem Geld. Aber Dudu läuft nicht nur. Wenn es sein muss, geht er sogar die Wände hoch. Denn Dudu macht das schon. Die Wände hoch. Ein Käfer auf Extratour. Der lustige Abenteuerfilm der fröhlichen Sensationen. Ein Film für Auto, Bei, Rad, Krat und Straßenbahnfahrer. Ein Film für alle, die gerne lachen. Jimmy, ist das etwa ein... Ich hab dir doch gesagt, Dudu macht das schon.